Im heutigen Podcast reden wir unter anderem über die vergangenen turbulente Monate bei der Partei und für Peter Riebli, was ihn motiviert und wie er trotz einer SVP-Politik mit klarer Kante in die Baselbieter Regierung zurückkehren will. Herzlich willkommen im Podcast Peter Riebli. Danke, ich bin gerne gekommen. Das Führungbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier. Führungbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel, sinnvoll, anders. Herr Riebli, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Das ist keine rhetorische Frage, weil die letzten Monate sind für Sie und für die Baselbieter SVP recht turbulent gewesen. Sie haben mit einem Rücktritt aus dem Landrat geliebeugelt und Thema Sozialhilfe Schiffbuch erlitten. Und das hat auch interne Querelen gegeben bei der Partei. Kurz nach oben haben Sie sich aber in einer Wahl gegen Johannes Sutter zur Präsidentschaft durchgesetzt. Wieso haben Sie sich das angetan? Die meisten Leute in Ihrem Alter geniessen den wohlverdienten Ruhestand. Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich, aber das frage vor allem meine Frau. Das frage ich mich immer wieder. Wie sage ich mir das angetan? Also, es gibt zwei, drei Punkte, die ich erwähnen muss. Was heisst Sozialhilfe Schiffbraucherlid? Ich denke, wir haben eine gewisse Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht. Wir haben da mentalitätsmässig eine gewisse Verschärfung in Richtung Arbeit muss sich lohnen erreicht. Wir sind natürlich nicht damit angetan, was ich ursprünglich mit meiner Motion haben wollte. Das ist absolut richtig. Hingegen ist man sich gewöhnt in der Politik, dass man Maximalfordrungen nicht zuerst mal durchsetzen kann. Also ich würde das nicht als Schiffbrauch anschauen. Die internen Querelen, das ist ein anderes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider sind die Öffentlichkeit drungen. Logischerweise hat die Medien das Ganze aufblasen und wesentlich grösser gemacht, als es tatsächlich war. Und am Ende des Tages ist für mich wirklich die Frage da gestanden, will ich jetzt aufhören oder will ich mich weiterhin für die SVP, deren ihre Grundwerte ich wirklich vertreten, einsetzen und nach einigen Diskussionen mit meinem Umfeld, mit alten, bewährten SVP-Grössen, aber auch mit meiner Familie bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mich doch noch die nächsten drei, vier Jahre intensiver für die SVP einsetzen möchte. Ein paar Ziele, die ich habe mit der SVP, die zu erreichen und das dann im ergeordneten Rahmen meinen Nachfolgerinnen übergeben können. Sie haben sich bei Prime News schon geäussert, dass beim Thema Sozialhilfe, Sie zum Beispiel auch schon als ehemaliger Gemeindepräsident von Bugten, Freizeit aufgewendet haben, um da Sachen nachrecherchieren und anschauen und bearbeiten. Muss man sich so einen freien Abend von Peter Riebli vorstellen? Nicht alle freien Abend sehen so aus, das ist schon so. Aber nein, es ist so, ich investiere und kann immer investieren, relativ viel Zeit für meine politische Ämter, aber auch für mein Berufsamt. Ich bin noch einer, der sagt, wenn er etwas macht, macht er das Recht. Und ich bin auch nicht einer, der das Gefühl hat, er müsse für alles entschädigt werden, sondern dann etwas Recht machen, gehört halt auch dazu, dass man Freizeit und unentgeltlich gewissen Aufwand betreibt. Also das ist für mich kein Müssen, überhaupt nicht. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin so aufgewachsen, ich kann da diesbezüglich nicht über meinen Schatten springen. Das ist jetzt im Parlament genau gleich, wenn ich schaue, wie ich meine Landratssitzungen vorbereiten, ist das relativ zeitaufwendig, logischerweise nicht entscheidend. Aber ich brauche das, damit ich guten Gewissen in Landrat kann und ich auch das so machen kann, wie es mir für mich passt. Ist das ein bisschen, dringt da ein bisschen Ihre Innerschweizer Seeldu in diesem Thema? Ich bin sobald aufgewachsen, sobald sozialisiert worden. Ob das meine Innerschweizer Mentalität ist, ja sicher, aber ich möchte damit nicht sagen, dass es die Mentalität hier der Gegend nicht gibt. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es ist sicher so, dass, wie soll ich sagen, die Innerschweizer für ihnen gar keine andere Chance haben, dass sie sich selber berufen, sich selber vorwärts bringen, Eigenverantwortung wahrzunehmen und solidarisch miteinander die Ziel zu erreichen, das war für uns an der Versicht Zwingung, sonst wären wir runtergegangen. Man sieht heute, dass die Innerschweiz mit dieser Mentalität sehr weit gebracht hat, gerade wenn ich auch bald denke, mit ihrem doch progressiven Steuersystem, mit ihrer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, mal, ich denke, das ist etwas, was mich aus Innerschweizer geprägt hat, von meiner Erziehung her. Und ja, ich bin immer noch so, wie ich halt bin, wie ich aufgewachsen bin. Und wenn es jetzt mal doch einen Freienabend gibt, was macht denn denn Peter Riebli? Ja, also nicht nur an der Ebene, ich nehme mir auch das Privileg aus, seitdem ich pensioniert bin, mal einen freien Tag hinein zu sein. Ich war gerade gestern mit meinen Enkeln unterwegs, im Mäzologischen Garten, hier in Basel, um einen anderen Ort. Die Freizeit nehme ich mir aus. Ich gehe gerne ins Berg, ich gehe im Winter Ski fahren, bis vor kurzem noch snowboardet. Ich leise sehr gerne, nicht nur Fachbücher, also ich kann mir auch mal sehr gute Krim hineinziehen, wo ich Spass daran habe. Und ich arbeite noch gerne im Garten. Ich habe zwei grosse Gemüsegärten, die mir schon ein paar Spass gemacht, speziell aus einem ehemaligen Agrochemiker, wo man es gesehen hat, wie das eins zu eins im Land abläuft. Okay, zurück zu der Politik. Bei der Wahl zum Parteipräsident, Ende April ist das gewesen, ist ja das Resultat deutlicher geworden, als man es im Vorfeld von aussen vermutet und geschrieben hat. Und dann aber an der Parteiversammlung ist so der generelle Eindruck gewesen, so habe ich es vorgenommen, dass eine richtige Pro-Riebli-Welle durch den Saal gegangen ist. Und dann ist es, glaube ich, relativ schnell klar geworden, an dem Abend, wo es durchgeht. Hat Sie das überrascht oder haben Sie das im Vorfeld schon ein bisschen gespürt, dass es so rauskommt? Ja, Wahlen. Wahlen sind immer eine Wahl. Das ist immer, da darf man nie überzeugt oder sicher sein, dass man etwas gewinnt. Da hat es immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Ich habe mir sehr gute Chancen ausgerechnet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, nachdem etwa drei Wochen vor der Wahl bekannt wurde, dass ich kandidiere, sind ausschliesslich positiv gewesen. Es ist vor allem eine Rückmeldung aus dem ganzen Kanton, also nicht nur bei uns aus unserer Region, bei mir oben, sondern aus dem ganzen Kanton. Eine Rückmeldung von Alt und von Jungen kam, das ist das, was mir am allermeisten gefallen hat. An dieser Delegiertenversammlung, respektive Partieversammlung, es sind nicht delegiert, es war die ganze Partie eingeladen. An dieser Partieversammlung hat man ja ganz zuerst noch ein bisschen unterschwellig gesagt, alter weisser Mann, wo man von alten weissen Männern gewählt wird. Und ich habe dann mit Freude festgestellt, es haben vorwiegend junge Parteimitglieder unterstützt, dass ich viele Leute zu meinen Gungsens Wort ergreife und sich sehr für mich eingesetzt habe. Es war eine breite Unterstützung. Ich habe auf das gehofft, sicher war ich nicht. Die Klarheit des Resultats nach den Voten am Abend hat mich dann nicht mehr so überrascht. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es ein klarses Resultat gab. Ich bin auch sehr froh, dass es ein klarses Resultat gab, weil es zeigt, auf welche Linie, dass die Partie weiterzugehen will. Sie haben sich, also dass sie auch von jungen Parteimitgliedern unterstützt hat, ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich in ihrer Rede am Parteitag deutlich von Extremismus distanziert. Und sie gelten als Ziehvater der jungen SVP-Politikerin Sarah Regetz, die wohnt ja in Sissach. Und sie hat in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, weil man ihre mutmassliche Nähe zu rechtsextremen Kreisen noch gesagt hat. Sie hat zum Beispiel den Ausdruck Remigration verwendet, der in seiner aktuellen Bedeutung und Verwendung aus derartigen Kreise in Deutschland und Österreich verwendet wird. Und aber spätestens seit der Wahl ist das nicht mehr so. Ist das Ihr Einfluss? Ja, sie sollten meinen Einfluss nicht überschätzen. Also von dem her, nein, ich denke, man muss da zwei, drei Sachen mal klarstellen. Also erstens, ich kenne logischerweise Frau Regetz relativ gut. Sie ist in meiner Sektion SVP, Sissach und Umgebung. Ich kenne sie, seitdem sie sich politisch engagiert. Ich halte sie für ein aussprochen politisches Talent, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat gar nicht wahnsinnig viel Ziehvateraufwand benötigt. Sie ist quasi ein Selbstläufer. Ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass sie jetzt in der Ecke, wo der Rechtsextremen, nicht ein bisschen sehr stark, der Rechtsextremen drückt wird, nur warum sie das Wort Remigration braucht. Weil, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, wenn wir im Duden anschauen, was Remigration eigentlich vom Wortsinn her bedeutet, halte ich das Wort eigentlich noch für anständiger oder schöner als Ausschaffen oder Abschieben. Das muss man vielleicht noch einhaken. Darum habe ich auch so betont, in seiner aktuellen Bedeutung und Verwendung, oder? Ja, auf das wollte ich gerade noch kommen. Es ist einfach ein bisschen, Medien spielen eure in allen mit. Interessant, dass mir der Linken die Hoheit über die Wortsbedeutung überlehnt. Die Linken können dann irgendwann in ein Wort etwas interpretieren und von diesem Weg ist das Wort dann in der Öffentlichkeit schmutzig und darf nicht mehr verwendet werden. Also ich denke, als Frau Rege das Wort Remigration gebraucht hat, ist sie von diesem Wort Sinn ausgegangen. Eine Rückwanderung, einfach das Gegenteil von Immigration ist Remigration, hat da gar keinen rechtsradikalen Hintergrund gehabt. Das Treffen, das immer wieder geführt wird, das ist ein genau gleicher Presse-Schlag ins leeren Loch gewesen, wie damals mit der zweiten Wanderkonferenz in Deutschland, wo man dann nach der ersten grossen Presseeuphorie musste Schritt um Schritt zurückbuchstabieren und am Schluss gemerkt hat, es war weder ein Keimtreffen, noch ist es irgendwie darum gegangen, Ausländer im grossen Maßstab abzuschieben oder so. Ich denke, das ist aufgepasst worden. Dass Frau Rege das im Moment nicht aktiv mehr braucht, ich denke, das ist ihr eigener Intelligenz zuzuschreiben. Vielleicht doch noch zu der SVP Basel-Land selber. Seit der Wahl Ende April sind gut sechs Wochen vergangen. Was ist seither passiert? Ja, es ist einiges passiert. Vielleicht in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Es ist eh gern, als in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar zu sein. Wir haben eine neue Partileitung, die ist ja dem Abend ebenfalls gewählt worden, mit sehr bekannten und sehr engagierten Leuten, jungen Leuten, die wir jetzt die Partie wie Clivend wieder auf Vordermann bringen wollen. Das ist nicht auch zwar nötig, wir sind gut positioniert, aber wir wollen die Positionen weiter stärken. Wir haben die Partileitung in uns konstituiert, wir haben die verschiedenen Sitzungen gehabt. Wir haben die erste Personalkommissionssitzung in den nächsten Tagen, wo es auch darum geht, Evaluationen für eine potenzielle Regierungsratskandidatur zu evaluieren. Wir werden jetzt unser Programm nochmal schärfen, wir werden Strategien festlegen. Also es ist einiges, es ist einiges im Tun. Wir haben das Büro der Partie frisch zusammengesetzt, wir haben dort die ersten Sitzungen gehabt, wir haben uns wieder darüber unterhalten, wie wir strukturell vorgehen wollen. Also es sind vor allem jetzt administrativ-strukturelle Sachen gewesen und jetzt arbeiten wir am Inhalt. Können Sie da schon etwas verraten zum Inhalt? Ja, selbstverständlich. Also was kann ich verraten? Es würde keinen wahnsinnigen Umbruch oder so geben. Also wir werden unser Profil, das wir haben, einfach weiter stärken. Wir werden auf den Grundwerten, die uns und der SVP wichtig sind, weiter darauf beharren. Wir werden weiterhin unsere Aufgabe im Kanton, wo wir da fast 30% von der Wälderschaft vertreten, warnen, die alle ins Parlament bringen, probieren, die alle in der Mehrheit fähig zu machen. Wir werden sicher nicht unsere Grundwerte verleugnen, um jetzt wieder zurück in den Regierungsrat zu kommen, weil wir zurück in den Regierungsrat, wo man uns wegen unseren Grundwerten dort will. Zum Regierungsrat kommen wir noch. Aber vielleicht doch noch, Sie haben es angesprochen, Sie möchten Sachen SVP intern ausdiskutieren, wenn es Diskussionsbedarf gibt. Also intern als nicht politisch. Ganz genau, ganz genau. Weil die letzten Monate sind ja von Turbulenzen geprägt, gewesen, die auch öffentlich geworden sind. Man hat hier geredet und geschrieben von zwei Lager, wo sie eher zum SVP-Orthodoxen-Lager gehören und ihren Konkurrent am SVP-Parteitag, Johannes Sutter, hat man eher an einem moderat gemässigten Lager zugeordnet. Ja, wie ist das gegangen, dass sich die Situation beruhigt hat? Das ist ja jetzt quasi wie, also doch überraschend, dass das von heute auf morgen so quasi winkstil geworden ist. Ja, das mag für herausstehend überraschend sein. Auf der anderen Seite, innerhalb der Partie sind wir uns eigentlich immer relativ einig, dass es gar nicht so eine Diskussion ist oder um zwei Lager geht, Moderate gegen Orthodoxe, wie sie sich ausgedrückt haben. Es ist vielleicht ein bisschen um das Wording oder um die Art, wie man einen Auftritt geht, aber nicht um den Inhalt. Es gibt nicht einen moderaten oder einen rechten Flügel innerhalb der SVP. Die SVP ist eine Volkspartie und dort gibt es Leute, die relativ linker in dem rechten Flügel stehen und andere, die ein bisschen rechter stehen. Aber das ist ja keine Grundsatzdiskussion. Denn in den Grundsatzthemen ist sich die SVP sehr, sehr einig. Das sind eben schon Gefechte, die wir an einem Ausfechten, die ein bisschen vielleicht die liberalere oder die ein bisschen linkere oder die ein bisschen konservativere Politik bei einzelnen Politikern durchstrahlt. Das ist in der Öffentlichkeit vor allem von den Medien aufgepust worden, dass da die Moderaten gegen die Rechten antreten. Weder Herr Suter sieht sich jetzt als Moderator, hat es auch am Parteitag gesagt, er vertrete eine kristallklare SVP-Politik. Das unterscheidet sich bei mir eigentlich überhaupt nicht. Das vertrete ich ebenfalls. Also es ist nicht so, wie ein Kampf um es anders sein. Es ist ja ganz interessant, wie das überhaupt entstanden ist. Denn primär einmal hat ja unser Altpräsident Herr Straumann gesagt, er trete nochmal an, wo er auf dem formal als Gegenkandidatin auftreten ist. Dann hat sich der Herr Straumann aus dem Wahlkampf zurückgezogen und es ist der Herr Suter portiert worden. Und dann, als es bei uns in der Fraktion jetzt eskaliert ist, hat sich Frau Malt zurückgezogen und ich bin für sie presche gestanden. Es ist nie über Monate die gleichen Kandidaten gewesen. Also es hat sich da relativ dynamisch etwas entwickelt. Und man hat schon von Anfang bei Frau Malt und bei Herrn Straumann vom Moderat gegen den rechten Flügel geredet. Ich denke, das ist so ein System, das den Medien sehr gefallen hat, um mal auf dem ein bisschen herumzureiten. Ich müsste es ehrlich sagen, die Medien würden sicher zu schwer sein, wenn sie es da müssten sagen, wo vertrete ich eine rechte Richtung oder öffentlich als das Herr Suter gemacht hat. Wir haben da keine persönlichen Differenzen. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet. Er war jahrelang Vizepräsident von dieser Partie. Ich war als Fraktionspräsident im Büro. Wir haben jahrelang hervorragend zusammengearbeitet. Wir haben da keine persönlichen Differenzen oder irgendwelche Art, auch nach diesen Wahlen nicht. Fakt ist aber, dass es doch happige Vorwürfe gegeben hat. Vielleicht nicht vom Herrn Suter selber an sie, aber von dem Lager, wo man darüber geredet und geschrieben hat. Das ist jetzt einfach Schall und Rauch. Ja, und was heisst happige Vorwürfe? Also ich habe ja das immer gesagt, es ist weniger um den politischen Inhalt gegangen. Politische Inhalte sind eigentlich keine grossen Vorwürfe. Es ist ein bisschen darum gegangen, nachwehen aus der Nationalratswahl, die ein bisschen schwierig waren. Es gab gewisse persönliche Animositäten mit der neuen Zusammensetzung von der Fraktion. Es gab gewisse Tonalitätsfragen, aber inhaltliche Fragen gab es keine grossen. Man muss auch klipp und klar sehen, dass ein Grossteil unserer Partie, und ich denke, das ist jetzt nicht nur ein Stimmverhältnis, wo wir die Wahlen hatten, sondern wirklich ein Grossteil der Partie, null Probleme hat sich hinter meiner Einstellung irgendwie wieder einzugliedern und mit dem vorwärts zu gehen und zu kämpfen. Insofern ist es auch innerhalb der Partie nie eine Flügeldiskussion gewesen. Bei den Wahlen ging es ein bisschen mehr darum, wer kennt man, von wem hat man mehr gehört, was für Positionen vertreten. Die war eigentlich nur eine andere Diskussion gewesen. Jetzt ist es ja so, die Fraktion hat sie ja abgesetzt, aber die Parteibasis hat sie gewählt zum Parteipräsident. Kann man da ein bisschen von einem Graben reden, zwischen der Landratsfraktion und der SVP-Basis? Nein, ich denke das nicht. Ich meine, das mit der Absetzung, das kann man jetzt relativ breit und beliebt interpretieren, wie man will. Am Schluss ist es ein bisschen darum gegangen, als sich die Situation so eskaliert hat oder eskaliert worden ist, dass einige keine andere Lösung sehen, als dass man Kopf auswechselt, was sich nicht einmal mitzutun hat, dass man nicht mit dem, was es bis jetzt gemacht hat, zufrieden war, sondern einfach gesagt, wir müssen Ruhe reinbringen, Ruhe bringen wir auch am besten mit neuen Köpfen. Das kann eine Fraktion so sehen, das ist dann auch so vollzogen worden worden. Man muss klar sehen, dass in einem Landrat die Leute reinkommen, die auf der Liste die meisten Stimmen gemacht haben. Das ist nicht wie in einem Firmenunternehmen, wo man die Leute aussucht und nach Qualität und Eignung einsetzen kann und wenn es die meisten nicht bringt, sich davon trennen kann. Man muss mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Wie weit, dass die Leute ein, zwei so eine Partie wirklich vertreten, das hat auch eine Partiebasis, kann ja das nicht bestimmen. Und das ist ja der Volkswahl, wo sehr viele Leute einlegen, die auch nicht Partiezugehörige sind. Also von dem her, ich glaube nicht, dass es einen Graben gibt. Ich glaube, dass unsere Fraktion genau das Abbild ist, was ich vorhin gesagt habe, von einer Volkspartie, die halt einfach ein sehr breites Spektrum hat und nicht so einheitlich kann und will auftreten, wie das andere machen, ausser bei diesen Kernthemen, deswegen eigentlich die Leute in der SVP sind. Also es ist ja schon erstaunlich. Ich meine, Sie haben bei Prime News, haben Sie sich zitiert noch mit dem Satz, Politik ist ein Drecksgeschäft. Ja, das sage ich immer noch. Und heute reden Sie darüber, als wäre da, ja, ja, da ist ein bisschen etwas gewesen, aber ist nicht so schlimm. Also das ist doch schon noch ein Kontrast. Nein, wissen Sie, erstens bin ich ein sehr optimistischer Mensch, zweitens bin ich nicht nachträgend, was nicht heisst, dass ich schnell vergesse, aber ich bin nicht nachträgend. Und drittens, nein, ich stehe zu dieser Aussage und wenn ich sage, Politik ist ein Drecksgeschäft, habe ich nicht gemeint, dass Politik ein Drecksgeschäft ist, was wir im Parlament machen, wenn wir neue Gesetze schaffen, wenn wir ein Referendum ergreifen oder so. Also das Drecksgeschäft ist mehr, wie man manchmal miteinander untereinander eingeht. Und ich meine, man muss klar sehen, es gibt das schöne Sprichwort oder das schöne Wort, das heisst Steigerung von Feind, wohlwissend, dass man noch nicht steigen kann, aber Steigerung von Feind, oder ist Feindtot, Feindparteifreund. Und am Ende des Tages enthalten das natürlich schon eine Spur Wahrheit, muss man klar sehen. Gerade bei Proporzwahlen ist es so, dass die Leute, die mit einem auf der Liste sind, eigentlich die Konkurrenten sind, die bestimmen, ob man ins Parlament kommt oder nicht. Und nicht alle können mit solchen Situationen professionell umgehen. Und das sind also Auswirkungen, die man gehabt hat, aber ich würde das nicht überbetonen, denn wenn wir sehen, wie wir jetzt in den letzten paar Wochen der Fraktion zusammengearbeitet haben, ist das relativ erfreulich. Selbstverständlich ist nicht alles eitler Sonnenschein. Das darf so nicht sein. Wir müssen innerhalb einer Partie über politische Themen streiten. Da müssen die Leute ihre unterschiedlichen Meinungen auf den Tisch schlecken. Da muss man streiten um eine Meinungsfindung. Was einfach wichtig ist, ist, dass man nachher mit einer Stimme auftreten, dass man das nicht in der Öffentlichkeit durchdreht. Und dass man der Lage ist, auch wenn man persönliche Animositäten gibt, professionell zusammenzuschaffen im Sinne der Sache. Und ich glaube, daran arbeiten wir. Da haben wir schon grosse Fortschritte gemacht. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das, so wie das in der Vergangenheit funktioniert hat, bis auf die letzten paar Monate in der Zukunft wieder hervorragend funktionieren würde. Es wirkt jetzt aber schon von aussen so, als hätte jemand den Knopf gedrückt und jetzt ist plötzlich Ruhe. Also, was hat es da? Ja, also, was haben Sie gemacht? Wie geht das? Der Knopf gedrückt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist sicher klar, dass der Partieentscheid, der doch relativ klar ausgefallen ist, zu meinen Gunsten, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, der Massstabe ist, wie unser Partievolk, unsere Partiemitglieder erwarten, wie wir politisieren. Und ich denke, das war schon wichtig, dass es auch wichtig war für die Fraktionsmitglieder. Es gesehen aber, die Mehrheit der Partien unterstützt einen relativ prononcierten Auftritt. Die unterstützt die Mitglieder, die eine klare Meinung haben, die um ihre Meinung streiten, die am Ende des Tages in der Lage sind, in Konzessionen einzugehen. Aber ursprünglich mit einer sehr klaren Meinung startet, dafür kämpfen. Ich denke, das war ganz wichtig, für einige Fraktionsmitglieder zu sehen, dass das unsere Partiebasis will. Und damit bin ich auch der Meinung, dass sie sich sehen, dass das ein Kurs ist, den wir können wollen und müssen fahren, damit wir ja in Zukunft in welcher stärkste Partie im Kanton bleiben. Und das hat sicher dazu geführt, dass gewisse Exponente ein bisschen ruhiger geworden sind. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu den Leuten, die es da Reibung gegeben hat? Ja, offene Reibung hat es ja relativ wenig gegeben. Leider, wie wir schon gesagt haben, ist eigentlich der grösste Teil von der Reibung über die Medien abgefahren, was sich äusserst bedauert. Man hat mehrere Versuche, interne Aussprachen zu machen, sind nicht wahrgenommen worden. Man ist anscheinend dann lieber in die Medien gegangen, als dass man das intern besprochen hat. Ich denke, die Grossmehrheit, wie gesagt, ist die Zusammenarbeit sehr gut, sogar sehr freundschaftlich. Und in den wenigen Fällen, wo persönlich auch nicht mehr die Autos auf dem Tisch sind, ist sie professionell. Und das ist das, was ich verlange, eine professionelle Zusammenarbeit, wo man halt auch, wenn man nicht unbedingt miteinander in die Ferien geht, mindestens für die gemeinsamen Ziele, die identisch sind, kann miteinander kämpfen, ohne dass man etwas furchtbar gerne haben muss. Blicken wir vielleicht nach vorne. Das erklärte Ziel der SVP Baselland ist wieder in die Regierung zurückzukehren. Eine klare Kante und Oppositionspolitik, wie sie es angekündigt haben, wird das nicht einfach machen. Wie soll das funktionieren? Weil sie brauchen ja eine Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen. Das ist völlig klar, oder? Ja, also selbstverständlich. Ohne gute Zusammenarbeit, ohne Einheitlichkeit im Auftreten von einer Regierungsratskandidatur werden wir das nicht schaffen, zurück in die Regierung zu kommen. Das ist uns klar. Ich glaube, wir haben aber in den letzten Jahren noch, ich als Fraktionspräsident, beweisen, dass wir sehr gut mit der bürgerlichen zusammenarbeiten, wenn es um Sachgeschäft geht, oder wenn es um um Personalgeschäft geht. Wir haben den letzten Regierungsratswahlkampf in der bürgerlichen Allianz gefahren. Dass es dem für Sandra Solberger nicht gereicht hat, ist verschiedenen Umständen zu sprechen, aber sicher nicht an der bürgerlichen Zusammenarbeit. Die hat offiziell sehr gut funktioniert. Was aber nicht heisst, dass wenn wir die bürgerlichen Partien auf Partiepräsidenten und Fraktionspräsidentenstufe zusammenarbeiten, dass das Partiefolk dann noch mitreicht. Das ist natürlich eine andere Frage. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, es ist erklärt, der Ziel, zurück in die Regierung zu gehen. Aber es ist nicht unser einziges Ziel. Wir vertreten unsere Politik. Wir wollen den Kanton weiterbringen. Wir wollen in die Regierung zurück, aber wir wollen mit einem SVP-Vertreter in die Regierung zurück. Also wir werden jetzt sicher nicht mit irgendjemandem kommen, der das SVP-Mental herumtut, aber keine SVP-Politik vertritt. Wir wollen wieder Leute, wie das beispielsweise Thomas Weber gezeigt hat, oder ein anderes Beispiel, auch viele Leute kennen, der Ueli Murr immer im Bundesrat gemacht hat, Leute, die klare SVP-Meinungen haben, die klar vertreten, für die kämpfen, aber am Schluss kompromissfähig sind. Am Schluss sagen, ich habe meine Wünsche eingebracht, ich habe das Maximum rausgeholt, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist das Beste, was wir im Moment können haben, und ich kämpfe, dass das mehrheitsfähig wird. Aber wir wollen sicher nicht jemanden, der schon mit dem Kompromiss starten will und dann am Schluss noch weniger bekommt, als der Kompromiss, den man erreichen konnte, wenn wir gekämpft haben. Wir wollen klar einen SVP-Vertreter im Regierungsrat, eine klare SVP-Vertretung, aber wenn das nicht gelingt, wenn man uns das nicht zugesteht, dann verzichten wir lieber auf einen Regierungsrat-Sitz, als dass wir irgendjemanden nehmen, der gerade so gut in der Mitte angehören können. Das soll die Mitte dann stellen und wir nicht nur für die Regierungsverantwortung übernehmen, wenn sich ein Regierungsvertreter nicht einsetzen. Vielleicht noch einen Ausblick, was ist in den nächsten Monaten, Jahr von der SVP zu erwarten, thematisch, inhaltlich? Was wird Ihren Fokus sein? Ja, wir haben doch eine ziemliche Palette an Probleme im Kanton im Moment. Das fährt mit unserem Defizit an, wo ein grosser Teil davon ein strukturelles Defizit ist. Da müssen wir und sind wir zwungen, vernünftige Sparmassnahmen zu ergreifen. Die Linken kommen jetzt schon mit Steuererhöhung. Das kann ganz sicher nicht die Lösung von diesem Problem sein. Da werden wir uns vehement dagegen wehren. Im Gegenteil, wir sehen, dass nach der Vermögenssteuerreform eine Einkommenssteuerreform langsam nötig wäre. Also wir werden sicher mit Sparvorschlägen kommen, wo man substanziell Geld einsparen kann, ohne dass man wie soll man sagen, an unserem Staat, auf dem Kanton gross etwas ändern müssten. Wobei, Sparren tut immer weh. Es bereicht jemanden beim Sparren. Da werden wir sicher mit Ideen kommen. Die nächste Thematik, die wir haben, ist logischerweise die explosierenden Gesundheits- und Bildungskosten. Das geht und die Sparren, die Sparren, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist ein Teil, wieso wir so ein grosses Defizit haben. Die Kosten steigen von Jahr zu Jahr und das sieht man im Moment noch nicht, wie man es bremsen kann. Wir werden sicher über unsere Gesundheitsregion uns sehr ernsthaft Gedanken machen müssen, Gedanken machen über unser Bildungssystem, ob das nachhaltig ist, was wir im Moment machen. Dann haben wir wie in der ganzen Schweiz natürlich... Hier vielleicht gerade einhaken, sind Sie für eine neue Spitalfusion oder eine Zusammenlegung von Spitälen oder Schliessungen? Ich bin kein Fan von Fusionen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man in die Privatwirtschaft schaut, die Grösste von Fusionen waren nicht erfolgreich. Es gibt aber wenige gute Beispiele, was erfolgreich war. Nein, ich denke, man müsste die ganze Spitalsicht gesamtschweizerisch abschlos werden. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir gesamtschweizerisch zu viele Spitäler haben, dass wir uns mehr spezialisieren, dass wir hoch spezialisierte Medizin in ganz wenigen Standorten sind. Die Schweiz ist ziemlich klein. Wir können das machen. Ich weiss, es ist sehr unpopulär. Wir haben gesehen, was passiert, als wir Spital in Leif zutaten haben. Da wehrt sich die Bevölkerung immer. Aber wenn wir die Spital kostenwendiger aufbekommen, dann müssen wir wirklich über regional denken. Da kann man nicht jeden Kanton für sich arbeiten lassen. Da muss eine Zusammenarbeit stattfinden, aber das muss nicht eine Fusion sein. Ist das so zu verstehen, dass Sie dafür sind, Kompetenzen an den Bund abzugeben? Im Gesundheitswesen? Ja, ich bin kein Fan von Kompetenzen nach oben zu reichen. Im Prinzip bin ich einer, der das Subsidiaritätsprinzip ganz hoch halten. Man soll Probleme dort lösen, auf der niedrigsten Stufe lösen, wo es irgendwie möglich ist. Wir probieren das aber bei der Gesundheit jetzt schon seit Jahren und wir kommen einfach nicht weiter. Vielleicht braucht es tatsächlich bei der Spitalplanung ein bisschen mehr Bundeseingriff, nicht unbedingt entscheidend, aber dass der Punkt gewisse Massnahmen vorschlägt, wo man halt dann über die Region aus muss denken, über den Kanton aus vor allem muss denken, über die Region aus muss denken. Wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister im Kanton, der spricht schon die längste Zeit von der Auslegeordnung. Wir warten jetzt mal die Auslegeordnung ab und werden noch mit eigenen Vorschlägen kommen, je nachdem, was in der Auslegeordnung drin ist. Ich bin sehr gespannt, wie er die ganze Gesundheitskosten angehen möchte. Aber die Spitalkosten, muss man klar sehen, das ist ein ganz grosser Kostentreiber bei uns. Der Kanton finanziert 50% von den Spitalkosten. Das ist so. Und wenn dann Spitäler Defizit schreiben, dann springen sie immer wieder den Kanton zurück. Das sehen wir jetzt gerade. Das kann einfach nicht beliebig so weit gehen. haben, das ist nicht finanzierbar. Thema Bildung. Da ist die SVP relativ als erste Partei schnell vorgerichtet nach dem Bekanntwerden vom Ergebnis des Kantons, dass man bei der Uni sparen soll. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, das kann man so sagen. Es ist nicht mehrheitsfähig. Werden Sie daran festhalten? Also nein, ich sehe das ganz anders, wenn ich ganz ehrlich sage, wenn Sie die Ratsdebatten verfolgt haben, sind sich alle zusammen einig gewesen, dass man bei der Uni vermutlich schon noch gewisse Spielerraum hat zum Sparen, nur hat man den Vorschlag der SVP vorsorgliche Kündigung zu machen oder mindestens zu sagen, wenn wir uns nicht einigen würden wir den Univertrag kündigen, hat man uns nicht den richtigen Weg angeschaut. Aber dass man sparen ist nicht nur von bürgerlichen Seiten, es ist auch von grün linker Seite erwähnt die Universität schon auf Kosten schauen, also nicht nur was die Uni anbelangt, sondern auch den ganzen Gebäudenpark der Universität, welcher Köstentreiber ist, also ich denke, das schaue ich mir nicht aus hoffnungslos an, da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir für Basuland einen wesentlich günstigeren Vertrag ausarbeiten. Okay, das heisst aber, die Kündigung per se ist vom Tisch, man sucht jetzt nach anderen Mitteln und Wegen. Das würde ich so hart nicht formulieren, weil die Kündigung ist ja an und versichert in der Kompetenz des Regierungsrats, das heisst, der braucht gar keinen Auftrag des Parlaments zu künden. Wir wollten eigentlich dem Regierungsrat nur den Rücken stärken, indem wir offiziell verlotbaren Fals es für Basuland nicht einen finanziell trägbaren Vertrag gibt, würden wir den schlimmsten Fals künden. Dass man dem Regierungsrat das klar hätte mitgeben, ich bin sehr zuversichtlich, dass der Regierungsrat die Message mitbekommen hat und sich nicht als letztes Verhandlungsband auf die Wand zu bringen. Ich meine, wir stören uns immer noch ein bisschen daran, als wir uns so stark an der Universität beteiligen aber die anderen Nachbarskantone sollen nachwählen, die ebenfalls davon profitieren, sich nur an den kantonalen Vertrag zur Ausgleichung von den Studentenkosten beteiligen. Wir haben dazumal, als der Vertrag abgeschlossen wurde, gehofft, dass sich die anderen Kantone anschliessen. Das hat nicht stattgefunden. Insofern darf der Kanton Basoland unverhältnismäßig und unproportional viel zu der Universität beitragen. Damit habe ich noch nichts über Qualität und die Wichtigkeit der Universität gesagt. Um das geht es hier überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, dass man auch dort klar darauf einweisen muss, ach, kann sich der Kanton Basoland in momentaner finanzieller Situation das Geld nicht mehr leisten. Wir können es schliesslich nicht zahlen. nicht diskutieren. Wenn sie das Geld nicht haben, können sie es nicht ausgeben. Das können wir uns einfach nicht leisten. Da müssen wir einen gangbaren Weg finden, mit Basel Stadt zusammen, aber auch mit diesen anderen Kantonen zusammen, die die Union nachhaltig finanziert für die Zukunft. Aber da muss die Union einen Schritt machen. Man muss aber schon dazu sagen, die meisten Studierenden kommen hier aus dem Kanton Basoland. Unverhältnismässig? Tönen Sie mir nicht auf die Einzelgenauzahl, aber ich glaube, es sind in der Grösse noch nicht 24 Prozent von den Studenten kommen aus Basoland und wir zahlen 47 Prozent der Unikosten. So viel zur Proportionalität. Das heisst, werden Sie versuchen, die anderen Kantone zur Kasse zu bitten? Oder durch den Aargau? Die Kompetenz und die Möglichkeit habe ich gar nicht, aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir unseren Univertrag so wie bei allgemeinen Gesamtheitsarbeitsverträgen allgemein verbindlich erklären für Nachbarskantonen. Das könnte man im Bundesrat machen. Es gibt schon Möglichkeiten, die wir im Köche haben, die wir in die Gesellschaft überlegen, wie wir weiterfahren. Die Universität bleibt das Thema bei uns in der Fraktion und in der Partie. Dann wären wir am Ende vom Gespräch. Peter Riebli. Danke vielmals, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, was wir hoffen, dann findet ihr andere Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns, gerne auch mit einem Prime News Abo. Das wäre es gewesen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dort eine gute Zeit. Für Oberbier durch Podcast of Prime News hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtl Biermanufaktur. Deine Craft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtl. Sinnvoll anders. Birtl. Verlust. Datori Vielen Dank.